So, 55 x 6. SmartMod ist immer noch ein Beste. Bei mir ruckelt es nicht. Ja bei mir aber, weil ich ja der Host bin. Wirkt ja voll auf den Server. Du bist ja der Horster genau. Der Horster. Witzig. Der war ja gut. Das macht richtig Spaß mit der F-Mod-Mod. Ich habe übrigens jetzt über 10, hätte über 10.000 Beton. Du weißt du bescheid willst. Hast du mitgenommen? Oder platziert? Ja platziert. Warum auch immer so viel, aber ja. Dann bauen wir mal den Druckunwandlungsblock. Baue ich schon Gebäude? Ja klar, das geht jetzt ganz schnell. Das geht jetzt ganz schnell, ja. Tja. Nein. Ich bin tot. Moment. Da war kein Strom. Ich spring einfach in den Tod, ey. Ach Gottchen, genau hier drunter. Ja. Habe ich Stangen? Stangen habe ich. Leiter, äh. Leiter? Leiter. Boah fuck, wo ist denn jetzt? Die ist wieder weg. Die ist weg. Leiter ist wieder weg. Die ist wieder weg. Mh. Da biebt die sich einfach weg. Mit der Leiter kann man nicht irgendwie. Naja. So, jetzt mal ganz langsam. Mal hoffen, dass ich jetzt auch nicht runterfalle. Auch sterbe. Mit der Leiter ist irgendwie mal so eine Sache weg. Dann zieht das ganz immer runter. Dann zieht es jetzt doch von unten hoch. Ja, aber irgendwie geht das hier nicht jetzt. Wenn man es platziert, dann geht das. Die platziert sich komischerweise. Komischerweise. Dann zieht doch die von oben runter. Mach ich ja. Boah, das ist nicht so einfach. Das ist was klugkacken kann ich auch. Kannst du auch runterspringen an die Leiter ran. Gibt es auch nicht. Die setzt die immer nur unten hin, auf dem Boden. Auf dem Boden? Ja. Kann man auch mehr runterziehen, ne? Du, das geht auch länger, ne? Die Leiter. Ich hab dir gesagt, klugkacken kann ich auch. Ich weiß es nicht warum. Irgendwie. Ja, das kommt auch an, wohin man hinguckt. Wenn du da ranschlickst und du hast Bauplan, dann guckst du nach unten. Ich sag dir ganz ehrlich. Es muss hier 1mm und dann swappt die kurz ran. Und dann brauch ich nur 1mm weiter weg gehen, dann ist sie wieder weg. Wieder weg? Du musst doch nur einmal linksklick machen, dann ist sie dran. Und wenn du nochmal linksklick machst, platziert sie. Gut, okay. Jetzt hab ich einmal linksklick gemacht. Dann kannst du runter gucken, dann zieht die 20 Stangen raus und dann kannst du platzieren. Ach so. Gut, okay. Das meinte ich die ganze Zeit. Ja, jetzt bist du unten, wenn du platzierst. Hier, der hat nur hier unten gemacht. Ich weiß nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht, dass hier. So, deswegen bin ich hier unten. Warte mal, darf es. Ach hier. Mal Kaffee trinken. Das ist falsch die Taste gedrückt. Ja, weil es gibt auch ein Spiel, da kann man so mit linker Maustaste wiederbeleben. Äh, geh mal runter von der Plattform, weil ich hab die aus Versehen mit markiert. Ja, dann setzt die aber auch wieder. Mimimi. Hä? Was ist denn das? Ach so, ja. Gut alles. Was ist denn das? Ja, stimmt ja. Ich hab ja schon so weit gebaut. Was ist denn das? War hier jemand? Äh, hast du zufällig ne Rotwaren? Ne, hatte ich nie. Also die letzten Tage nicht. Ist auch egal. Wir bauen ja eh erstmal nur eine Maschine. Wir bauen nächstes mal eine Nimmel. Wenn man das Ding erweitert hier. Im Moment brauchen wir eh nur eine. Also ist das eigentlich gar egal. Ich glaub. Wie schnell man das mit der Smartmost gebaut hat. Ja, ne? Ich frag mich nur, wie lange man bauen kann, bis man die Map schenkt. In der Form, dass nichts mehr abgespeichert ist. Also nichts mehr gebaut werden kann. Weil man zu viel gebaut hat. Ich glaube, das geht gar nicht. Also, ja, irgendwie muss es ja gehen, ne? Dass das so, wenn man aufhört. Aber ich denke mal, die haben ja schon den Kopf gemacht, dass man... Der eine Typ wollte ja die ganze, äh, die ganze Map vollbauen. Also er wollte ja den kompletten Boden zugleichsern mit seinen Foundations. Weißt du? Da dachte ich mir, du... Ey, warum? Erst einmal, wenn ein Update kommt, muss er den Scheiß wieder wegmachen. Weißt du? Den ganzen Boden komplett umformen. Und wenn da... Ja. Und sonst leckt das doch nachher, weil so viele Foundations... Also mit der Mod-Map werden wir wahrscheinlich auch viele haben. Mehr als hier wahrscheinlich. Weil es ja Mods sind und da wird ja auch mehr Sachen drin sein. Die fusionierten sind schon hier. Die fusionierten modularen Rahmen sind schon da. Ja, Leute, die gibt's auch. Kennt man gar nicht, wa? Boah, shit. Jetzt habe ich genau die falsche Dicke. Müssen wir hier einen Drohnenhangar drauf bauen? Äh... Drohnenhangar? Und... Landestation? Ach, du meinst zum... Zum Einlagern? Ja. Ja, dann müsste ich jetzt mal kurz gucken, ob man... Du Unwarnungswürfel benutzt. Muss mal kurz warten. Die Ressourcen... Junge... Junge... Zeck dich das nicht ab. Gegenstände. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Äh... Quantencomputer? Nicht. Weil ich habe jetzt die falsche... Ich habe jetzt die falsche Dicke genommen. Ein Drohnenhangar ist nur zur Verarbeitung da. Nicht zum... Zum Bauen. Gut, ok. Dann habe ich die richtige Dicke genommen. Jetzt noch pass ich auf. Nächst mal? Wann ist denn nächst diesmal? Das nächste Mal kommt der Weltraumlüft dranne. Nächst... Nächst... Nächstes Mal will man eine Halle bauen. Also... Ja, bei Uran wäre das das nächste Mal, wo man eine richtige Halle nochmal baut. Die normalen Hallen wieder. Sonst kommen da jetzt noch große Hallen. Ja, da brauche ich ja auch nicht draufbauen. Weil wir Uran ja gar nicht bauen. Bauerteile brauchen. Hast du nochmal? Uran... Wird ja nicht verbauen. Da kann ich ja auch diese normale 1er Dicke nehmen. Ähm... Ja, weil das... Wenn das Gebäude zu klein ist, muss er einen Doppelstock kriegen. Wir müssen auch Ultra 4 bei Uran bauen. Ach so! Ja du... Uran? Hallo? Uran? Das größte Ziel, was wir genommen haben hier? Uran? Bei Uran passiert doch noch richtig viel. Kommt doch hier... Kommt doch noch. Das war ein Atomkraftwerk. Ja... 3 pro Minute will der. 2 pro Minute will der. 2 pro Minute will der. 2 pro Minute will der. Wie stellen wir denn her? 2 Maschinen... Ich glaube aber 5 pro Minute, ne? Ja. 2 rauskommt geht das ja. Okay, dann sind wir durch, wa? Na, ich noch nicht fertig. Du noch nicht? Ne, ich muss noch die Lampen inbauen. Ach so. Ne. Dann mach mal. Du kannst dich nicht platzieren, was fehlt dir? Es steht nicht da, was mir fehlt. Was ist denn das jetzt? Ach da. Da hast du... Stahlträger? 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 Ja, Stahlträger. 102. Uh, das reicht. Wo ist so da? Ich hab nicht gefunden. Ich schicke schon mal die Lichtleitung rüber, ne? Ja. Stromlichtleitung. Da hab ich eben falsch platziert. Ja. So, die ist schon mal drühe. Tage. War das falsch platziert? Ne Lampe war falsch platziert. Hab ich jetzt auch wieder berichtet. So. Jetzt fertig? Nee. Du hast hier irgendwas falsch platziert. Hä? Ja. Guck dir das mal an. Wenn du fliegst, dann sind links ein schwarzer Streifen frei. Und auf der anderen Seite sind zwei frei. Nicht nur einer. Ich glaub die müssen alle einfach nach rechts, kann das sein. Oder du hast die Größe anders gemacht. Ja, du hast elf in die Richtung genommen. Oder? Oder war das vorher auch schon so? Du hast in beiden Richtungen elf genommen. Du hast das Gebäude zu groß gemacht. Das ist elf mal elf jetzt. Oh. Da war nichts. Na gut, okay. Dann müsst ihr die Reihe weg. Ne. Hier hinten sind sechs. Hä? Hier sind sechs. Und die Seite? Aber das geht ja genau auf. Hier sind auch sechs. Die haben... Welche... Welche... Die andere Seite? Da hinten sind es ja auch sechs. Hä? Dann... Ja, dann muss ja die Reihe hier eigentlich weg. Dann hab ich früher falsch gebaut, wa? Dann sind das hier sieben sogar weg. Ich dachte das wären sechs gewesen, hab ich mich früher verzehrt gar wohl. Okay. Hä? Dann muss auf jeden Fall die Reihe. Aber in die Länge passt es ja. Die anderen Gebäude sind ja genauso. Dann haben wir Probleme gelöst. So, dann sind die Drogenwagenswürfe dann fertig, ne? Ja.